anstrengend links von mir ist neben rechts von mir ist Prozent Munition dann Prozent kann man aufgucken da ist die Tür zu also muss ich aus Niki B für den Exit links die Alkohol Prozent rechts war irgendwo Munition möglich hier da oben da liegt einer ohne Kopf die Kippen Pistolem die Fotografie ab sollte doch noch jemand neu dazu schalten dann möchte ich ihn noch den Spaß nicht nehmen Hahahaha das ist ja auch so langsam geht ne Pick the first aid packet, yes Pick it, pick it, pick it Endlich mal normale Sachen So, jetzt gucken wir nochmal kurz, was war denn da jetzt links davon Wenn ich hier rausgehe, da ist nur der Gastank Oh Trifft mich das? Wenn man hier speichern kann, dann sollte man das tun Das hat mir das Game schon gezeigt Oxygen Tank Was ist das denn? Ach, das ist... Das ist ein Schrank, wo ich Sachen zwischenlagern kann, ich verstehe Ja, momentan habe ich ja noch Platz, aber ich kann ja mal... Einmal... Das Gesundheit Zeugs da reinpacken Don't know why Mir ist das eingefallen, dass das Ding ja auch wieder da rauskommt an der gleichen Stelle So, warte mal, wir haben jetzt einen Oxygen Tank Ich vermute mal, wir brauchen noch eine Maske dazu Weil alleine der Sauerstoff reicht ja nicht, wir haben ja auf der Karte vorhin gesehen Äh, die Steuerung ist so behindert Dass man einen Antigas-Suit braucht Ich weiß nicht, ob das schon reicht Mein Englisch ist jetzt auch nicht das allergrandiöseste Grandioseste Da kommt doch gleich wieder was Oder liegt noch einer? Das war hier links Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, was das angeht Locked Key B Ah, da liegt der zweite Schlüssel Okay, dann, wenn wir doch da lang können, dann tun wir das doch Painting, nothing special Ach, da muss man von der anderen Seite ran Okay, gut, und unten kann man noch nicht ran Weil da ist Gas Stand zumindest auf der Karte Dann schauen wir mal, was das mit den beiden Typen da auf sich hat Die rumliegen Aus mindestens die eineinhalb Typen, die hier rumliegen His head is gone Ja, ich kann's nur noch mal wiederholen Die Schlaue war ich nicht Ich kann offensichtlich die Dinge auf jeden Fall schon mal gut erkennen Der hat seinen Kopf noch Also, nicht weil sie will, dass es gut geht, sondern weil es ihr um sich geht, weil sie nicht alleine sein will Egoistische Stück Please, don't boo-hoo I am running out of time Be careful, yourself What happened to this world? I don't know There are a lot of monsters after an earthquake I thought it should be safe in the library But I was wrong It's like time and space is turning Kaotik Beware of the dangerous snares around here Are you still here? Yes, yes, look at me I feel sleepy Woohoo, I know I am afraid You are the only hope, but At least, tell me your name Woohoo Er habe sein Name nie erfahren His head is also gone Pick the book Get a blue book Gucken wir was in dem blue book des Hints How to prevent the enemies being revived You have to kill all enemies in once Getting a new place If there are Enemies Otherwise the enemies will be revived If you don't kill them all Okay, also Memo an mich Wenn was zu töten da ist Töten Alles Ansonsten Kommt's wieder Wolln wir net Wolln wir wirklich net Use gear to get a mask So, gear Ach, das gear lag da unten Nein, ich bin dieses Mal nicht erschrocken Okay, also müssen wir nochmal runter Dieses gear zu kriegen Und dann da rein zu gehen Zwischenzeitlich mal speichern, ich hab keinen Bock, das nochmal durchzuklicken Warte, erstmal Waffe ziehen Okay, ich hab sie geladen, gerade noch Was geht hier los Alter, geh doch weg WTF Ich wollte schlafen WTF ist das für ein Bild, Mann Oh, ich wurde von einem Zombie getötet Aber ich zeig nochmal schnell Meine Brust Zumindest ein Teil davon Mit diesen Bildern kannst du vielleicht heute Nacht schlafen So Oh fuck, ich muss nachladen Ah, ist der schneller als ich? Oh Gott Wart mal kurz Äh Raus, links, schießen War ja ganz einfach So, sind jetzt alle tot? Weil in dem Buch stand, ich muss alle töten Sonst kommen die wieder Bist du das gear? Pick up the gear Get a gear Dann müsste das nicht eigentlich heißen Got a gear? Door is locked Detect fail Require anti-guest suit An unknown machine Speichern Ja, man ist recht Wenn man so ein Ding gewonnen hat, immer gleich speichern Save done So, was ist in dem Brunnen drin? Look into the well Klar Das macht man nicht, wenn irgendwo in einer gruseligen neuen Welt irgendwie was ist Man guckt erstmal, man steckt seinen Kopf immer erstmal überall rein Oh, da kommt doch gleich was Was hat das jetzt damit auf sich gehabt? Ich hätte jetzt mit irgendwas gerechnet, tatsächlich Äh, use Genau, und jetzt oben kriege ich jetzt die Moment Use gear to get gasmast Ich brauche aber erst Key A Und Key A ist Oben rechts So Okay, das heißt wir gehen jetzt dahin, wo der andere Typ mit Kopf Wohl gemeint hat Vorsicht hier, das ist gar nicht mal so ungefährlich in der Bibliothek Habe ich nachgeladen? Gleich mal nachladen Oh, weiß ich ja nie Jeder Schuss zählt He's dead for long Äh, stinkt schon ein bisschen Was ist das für ein Loch? Red hole? Get inside the hole Ja, wir hatten's gerade Man steckt natürlich erstmal überall den Kopf Oder auch sonstige Gliedmaßen Find the hidden room Was zum Fick bist du? Ich hab gespeichert So what? I'm lazy, everything is trouble Immer da irgendwas Was los mit der? Was bist du? Ich kann hier irgendwas anbieten Ein Buch, wenn dir langweilig ist Ich hab's schon gelesen Brauchst du mein Handy? Ich hab eh keine Fang Okay, gehen wir wieder raus Lass mal mal verziehen Was ist los, ey? Ach, schieß auf S Nicht scheiß auf S Okay, Moment Dann geh ich nochmal zurück Warum bin ich ja nicht gleich drauf gekommen? Lass mich mal drauf schießen Muss ich da näher ran? Ah, R für Reload Okay Ich hoffe, ich hab die Munde jetzt nicht irgendwie später total nötig Ansonsten muss ich halt laden Ich hab noch eine was in den Taschen Ich hab mir euer money Hanging corpse Lying corpse It's bleeding Ja, wenn's noch blutet, hat's grad noch gelebt vermutlich, ne? Just saying Okay, da unten ist die Tür Die Tür ja eh verschlossen vermutlich Also müssen wir da jetzt außen rum Ich muss immer alle töten, sonst kommen die wieder Ne, jetzt Okay Ach, das hätt ich anders machen müssen Ach, komm Gott sei Komm, wir mal schneller Ja, dass MacDonalds Model nochmal die Brust sehen kann Ja Muss einfach die Zähne und diesen widerlichen Typ ausblenden dabei So, dann hab ich meine Schuss auch wieder Hier war ja nichts mehr Stanley Da, 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 da pi Ich trotzdem Ich muss nur kurz rein, um den Ort zu entdecken Ah ne, das hat er irgendwie gespeichert, dass ich ihn entdeckt hatte. Gut. Ach, vor den Leichen komme ich auch weg vermutlich, wenn ich die, äh, wenn ich die Waffe wegstecke. Dann bin ich ja schneller. Dann laufe ich ja schneller. Das heißt, ich muss da jetzt reinlaufen, ohne Waffe, schießen. Äh, lol. Ah! Naja, ich hätte, ich hätte, ah, Mann ey, ich bin voll dumm. Jetzt hätte ich mal runterlaufen müssen, ah, ich bin echt total dämlich. Also rein, einmal ums Ecklaufen und dann von oben schließen. Hier hast du nochmal Spitzenmode. Ich bin echt da drin nochmal, Mann. Nächstes den Weg zu sparen, falls ich jetzt nochmal sterben sollte. Ich würde mich schon gerne wissen, was das mit diesem ekligen Ding auf sich hat. Und wie sie durch dieses Rattenloch gekommen ist. Du wolltest die Brust zählen, deswegen stellst du dich so an. Hm, weiß nicht. Ich hab halt selber welche, weißt du. So. Da durchlaufen. Okay, das hat ja schon mal besser geklappt als eben. So, kurz warten. Und jetzt genau. Waffe schießen. Laufen! 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 Geh doch da weg! Wieso? Geh doch weg! Ach, ich hab nicht nachgeladen, deswegen. Ah. Ja, Mann, wenn ich den ersten Zombie erschieße, muss ich direkt nachladen. Mann! Hm. Oh, das ist voll nervig, dass ich nicht rennen kann oder so, ne? Aber das ist halt bei einem Horror-Game, soll es halt irgendwie so. Taps, 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 taps. Schon ganz kalte Hände, ey. Okay. Tamp, 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 tamp. Ein, zwei, zwei. Nachladen. Und weiter geht's. So, mal schauen. Finally, sollte das doch jetzt funktionieren? Das gibt's doch gar nicht, ey. So, und so, und so. Lauf! Nein! Ah! Ich muss aber auch zu meiner Verteidigung sagen, diese Steuerung ist wirklich behindert. Wirklichst b-b-behindert. Einen. Nachladen. Da liegt ein Schlüssel. Seh ich jetzt schon. Wegstecken. Und pick the key. Get a key. Ich muss bald schlafen. Ja, immer auch nicht mehr so lange. Vielleicht noch bis kurz nach 10 oder so, dann will ich noch ne Runde lol zocken. A map of the city. Nothing special. So, und da kommen wir jetzt zu meinen rumhängenden Freunden. Ich hab's gedacht. Blutet das noch? It's bleeding. Okay, es blutet noch. Alles noch beim Alten hier? Yo. Jetzt mal speichern, man. Man weiß ja nicht, was kommt. Ich schaff' keinen Bock, das nochmal zu machen. Das kommt auf jeden Fall auf meinen YouTube-Channel, weil ich möchte, ich muss mir das auch selber nachher nochmal angucken. Ich bin ja zwei-, dreimal erschrocken, das ist bestimmt voll witzig. Man sieht dich ja selber so selten erschrecken. Ich hab's gleich erschossen. Hm, was g'sehen? Unknown Machine. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Nur mal auf die Karte gucken. Use gear mask. Äh, was? Use gear to get a mask so. Use gear mask. WTF? Das stinkt hier. Wow, stinky. Who left the rubbish day? Also, der Müll ist das kleinste Problem, glaub ich. Pick up the pistol aim. Ja! Den Tori ist früh. Labernit! Mach mal's halt so. Bin da schmerzfrei. So, und damit hab ich auch wieder volles Leben. Das wär doch schon mal was. Haha. dropped piece auf. Alles ist wichtig.